Hallo Leute und Herzlich Willkommen bei Plydani HD Würde mich sehr freuen wenn ihr ein Abo da lasst Auf Ehrensache Ich mache euch ja weiter Videos Bring euch geile Videos Vielleicht ist das eine oder andere für dich dabei Auf jeden Fall Ich zeige heute ein neues Design für das alte Also für das normale LPD L SPD Das ist nicht die Erweiterung Das ist nur das ganz normale LPD Will ich nur anmerken Ich werde euch heute Ich werde euch zeigen wie ihr das ganze einfügt Und ja Ich würde sagen noch kurz Eine Sache Wenn ihr meine Versionen wollt Meine Versionen sind immer Egal mein eigener Job egal was Egal meine eine Versionen sind immer nur auf meinem Discord erhältlich So wie hier zum Beispiel Original Versionen Bekommt ihr alle unter YouTube Videos rein Und ansonsten könnt ihr gerne mal Discord abchecken Wenn ihr zum Beispiel Ressourcenvorschläge habt oder Fragen Oder Hier das könnt ihr auch durchlesen Wenn euch das Der Server einrichten zu schwer ist Mache ich das gerne für euch Oder der Voraussetzung Ansonsten würde ich sagen starten wir jetzt endlich mal Server muss aus sein Viele Zeller öffnen Zu Ressourcen Dann fügt Euch Dieses LPD Einfach hier rein Ich habe das ganze schon gemacht Weil das ein bisschen mehr Speicher hat Deswegen habe ich das ganze schon gemacht Sonst würde es hier ewig laden Und Dann vergesst natürlich nicht das ganze auch In der Server CFG einzutragen Ich muss gerade gucken Das habe ich da auch schon irgendwo reingemacht Hier Habe ich da auch schon eingefügt Und Dann Ja Könnt ihr eigentlich im Spiel auch schon reingehen Und Euren Server wieder starten Und Seht Dass das Design ein bisschen anders da ist Ich werde jetzt nicht extra ins Game reingehen Ähm Da Das LPD Ähm Ja Eigentlich klar sein soll Ein bisschen besseres Design Warum nicht So genau gehe ich auf das Design Nehme ich jetzt gar nicht drauf ein Aber Ich hoffe euch hat das Video trotzdem gefallen Und ich habe euch gezeigt Und was eingefügt Und Viel Spaß Beim neuen Design Haut rein mit den Freunde Bis zum nächsten Video